Genau von hinten treffend die Flieger. Ja, aber eigentlich das mit Elektro-Schaden, nochmal den auch so schauen. Nee, den nicht, die blocken trotzdem. Achso, okay. Ein einziger kommt, ein Boss wahrscheinlich. Müssen wir da runtergehen gleich. Achso, ja. Oh, das kommt der, der lasert, ne? Also Vorsicht. Da würde ich jetzt da unten einen Thronenturm auch hinsetzen. Ich würde den einfach lau... Ich würde da unten einen Thronenturm hinsetzen und den laufen lassen. Weil wenn der uns nicht sieht, lasert der nicht. Und die Thronen machen den, glaube ich, kaputt. Können alles hier oben abbauen und bauen nur drunter, mal unten. Das könnten wir auch machen, ja, aber ich glaube, das bringt es nicht gar nicht. Ist das hier eigentlich nicht so gebaut? Hallo? Hier? Muss doch nicht. Nicht? Nee. Drüben ist doch zu. Die laufen doch da außenrum. Siehst du auf der Map, wie die laufen? Jetzt zu. Ja, aber halten die sich immer komplett daran, oder was? Ja, eigentlich schon. Außer du lenkst die ab oder so. Ich würde jetzt da unten einen Thronenturm hinsetzen. Ich würde den erst mal laufen lassen. Ja, macht es. Nee, ich habe kein Grund, ob man zu machen. Wendeln, ob welches ein Block dort? Ahnung, den dort oder was? Ich weiß nicht, wie auch die Ranges von den Drohungen. Ziemlich klein, aber die Flinger mitdommen. Dachtest. Ich bin da. Ja. Was ist denn jetzt los? Guck mal, die können ja den Durchsicht benutzen. Ach, was ist das? Na, schaut auf das ja dann. Hier kommt er ja auf jeden Fall vorbei. Nee, nee, guck mal, wie da läuft. Siehst du den rungen Strich? Das ist zu nah. Äh, zu weit weg. Siehst du? Komisch. Müssen das abbauen. Und dorthin. Läuft sich denn hier lang? Und dann, dann müsste es reichen, glaube ich. Ich will heute nicht, dass der alles kaputt schießt. Und er schießt ja seinen Laser nur. Wollen wir den noch upgraden dann irgendwie? Ja, ja, ich upgrade den schon. Ja, bin auch schon dabei. Der schießt ja seinen Laser nur, wenn der uns sieht, glaube ich. Das heißt, wenn der da einfach durchwatschelt. Schießen die ganze Zeit die Drohnen auf den. Und der, uch, verdammt nochmal. Der läuft einfach da vorbei. Also wenn, dann würde ich mich hier links rüber stellen. Hier so, neben den Kern. Damit er halt nicht unsere Türme da oben wegballert. Weil wenn der da einen anguckt und den Laser da hin macht, dann ballert der ja die ganzen Türme dort weg. Aber beim Kern ist auch gefährlich, oder nicht? Ich weiß nicht, ob der einen Kern trifft. Ich würde mich, ich stelle mich halt einfach hier ganz links rüber. Irgendwohin. Guck. Die Drohnen greifen den an. Boah, wie viel die Drohnen dem machen? Wenn jetzt die ganze Zeit... Was? Klar, wenn man wieder runter geht. Taktaktakt 1000, 2, 3. Wenn der dann da oben ankommt und die Drohnen noch schießen, dann... Kannst ja versuchen, drauf zu schießen. Ich treffe ihn mal. Wird dann okay mit dem Schissen nicht, aber... Mellie, gehen wir noch ein bisschen weiter zur Seite. Zu welcher Seite? Naja, dort wo er nicht raus... wo er nicht hinläuft. So nach der andere Seite halt. Ja, genau. Ja, genau. Jetzt haben die Drohnen aber aufgehört, oder? Ich dachte, die bleiben immer dran. Nö, wir schießen nur noch. Oder was ist das da? Nö, ich sehe nichts mehr. Ich sehe nichts mehr um den rumfliegen. Das wird aber blöd jetzt, ne? Meinst du, wieso? Ja, weil der da jetzt schon fast durch ist. Aber jetzt kommen ja erstmal die ganzen Tower, ne? Was meinst du, die machen das jetzt? Naja, so viel machen die jetzt, glaube ich nicht. Das tut eigentlich ganz gut, aber... Ja, und jetzt macht er die Tower kaputt. Hat er was getroffen? Ich weiß es nicht. Ja. Aber ich glaube, kein Tower, wie es aussieht. Aber das meinte ich halt, ne? Ach, jetzt läuft er mitten durch, oder was? Nö, doch. Der hat, äh, Zeug weggemacht, also... Oh nein, ja, jetzt kann er da durchlaufen. Na, hervorragend. Jetzt müssen wir den irgendwie... Fuck. Na, dann stellt sich jemand dahinter. Dann dreht er sich ja schon mal rum und schießt in die andere Richtung. Siehst du, von wegen, der hält sich an dem Weg. Ja, der geht nämlich hier runter direkt. Ja, der hat ja jetzt auch was weggemacht, Bob. Ja, und? Das hat doch... Naja... Egal. Naja, das kriegen wir schon noch weg. Lass den bloß nicht da dran kommen. Ja, der stirbt, ne? Achtung! Laser-Dom jetzt hin. Wartest du's nicht? Naja, gut, ging nochmal gut. Naja, ging doch. Ja, hätte er das da oben nicht kaputt gemacht, denke ich mal, ist der Tower geschafft. Egal. Vielleicht hat er denn der Kern eigentlich wieder? Ja, ich glaube, die 700. Ja, ich weiß. Fast 11 wird aufgeheilt, das ist doch einiges. Naja. Wie, naja? Oh nein! Reicht dir das nicht? Nicht wirklich. Ist die Siderona gefallen? Hä? Bin jetzt gelandet. Und dann wird mein Leben hier. Da unten ist total geil. Ja, ist schön. Warst du da unten? Ist das schön? Ich kann kurz sehen. Da ist die Schräge hoch. Da weiß ich dir Bescheid. Sonst nur irgendwas kaputt, ne, oder? Du weißt es eigentlich ganz. Wo bin ich denn jetzt? Jo, sonst ist alles ganz geblieben, ja. Ey, nein! Was macht ihr? Noch nicht. Ich kann nicht, es geht nicht anders. Wir haben nicht mal bereit gedrückt, ne? Hier, ich geb dir alles. Das Gold hast du mir noch nicht gegeben. Ja, warte. Ich treffe dich gerade nicht. Du stehst da irgendwie komisch. Da gibt es Dennis. Egal. Du musst so weit. Äh, ja, ich hopf erst mal runter. Was kommt denn jetzt hier eigentlich? Ach, Flugfliege? Ich hab keine Hornissen wahrscheinlich. Ach, schön. Die Hornissen-Dinger. Ne, keine Ahnung. Spruchfliegengeräte. Watsch. Man explodiert, meine Freunde. Explodiert. Oh, sind wir wieder Wienerisch. Oh, die brauchen aber ne Weile. Die sind ja da ganz hinten, oder? Naja, die war schon hier grad ziemlich durch. So, die Flugviecher sind wohl alle weg. Ach, da kommt doch so ein Dicker. Oh, da schießt du denn wieder Giftviecher da in der Mitte. Echt? Oh, nicht wirklich, oder? Ja, doch, scheiße. Scheiße. Oh, fuck. Oh, nee, oder? Ach, komm schon. Das ist doch der Läser. Der wird gut, gell? Wie willst du das machen, dass die nicht da... Du musst dir die Macy... ...dass sie direkt laufen. Oder wir müssen einfach andersrum bauen. Von der anderen Seite ist mehr... ...ist mehr Platz zum Kern hinzu. Also genauso wie wir grad gebaut haben, nur andersrum gedreht. Warum das? Weil auf der Seite mehr Platz zwischen dem Steg und dem Kern ist. Naja, aber irgendwann laufen die ja doch dann da hoch. Vielleicht gibt es mehr Schaden von alten Quellen. Schaden von Kikner vielleicht einen Schub von 3 bis hinzu. Auch nichts. Das klingt nice. So, akzeptieren. Und los geht's. Also ich würde jetzt... Schade, dass man die auf der Map pinken kann oder so. Kannst ja dahin zeigen. Man sieht ja, wo du bauen willst. Also pass auf, ich würde jetzt so machen, dass die... Guck mal auf der anderen Seite, ne, wo die... Auf der anderen Seite ist ja genug Platz. Siehst du? Die laufen aber eine vollständige Runde. Das heißt, irgendwann kommen die auch an der Stelle vorbei. Ich würde hier zumachen. Da zumachen. Mach mal dort zu. Okay, dann mach ich dort zu. Und dann wieder hier zumachen. Dann hast du die gar nicht hier drüber laufen lassen. Ja, ja. Das geht natürlich auch. So. Und ah, fuck it, ey. Hervorragend. Hi. Hallo. Kannst du nicht gerade auslaufen und dann... Nee. Was macht der denn jetzt? Nee, runterfallen, ne? Oh. So, jetzt mispauten wir ja noch schnell an hier zu. Und dann kommen die halt hier in der Mitte hoch. Hm. Das ist der Weg aber kürzer für einige. Ja, ne, der Weg ist für einige immer kurz gewesen. Also von daher. Hm. Ich würde da auch zumachen. Und das hier legen wir den linken Gang wieder aufmachen. Damit die oben langlaufen. Ja, aber dann ist es wer für die oben kürzer. Aber hier oben kannst du bessere Maze bauen. Als da unten. Meinst du? Hier oben ist da mehr Platz. Auf diesen blauen Dingern hier oben. Ob da jetzt mehr Platz ist, würde ich jetzt nicht so sagen. Das blaue hier oben ist größer als das blaue da unten. Lass die schmalze Stille doch gerade mal drei breit. Bei dir da unten. Aber. Ich weiß nicht. Ja, von mir aus. Machen wir es so. Äh. Ich kann das Ding doch. Ich kann das Ding doch abbauen. Na komm schon. Okay. So hier. Meinst du? Hm, nun ist da links oben eine Maze. Bist du wieder runtergefallen? Ja, aber ich bin jetzt wieder füren. Ah, 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 ah. Ähm. Huch. Jetzt wäre ich auch was runtergesprungen. Ähm. Ja, dann müssen wir hier. Da haben die rechts halt nübers kurzen Weg, aber... Ja, die Fronen hatten da auch einen kurzen Weg, die einen. Dann war die Mace aber bei denen, hm. Hier kommt aber einiges, ne? Also, überhaupt. Und auch recht starke Viecher, zum Beispiel Schwämmor oder so. Ja, ist ja egal. Naja doch, das sind ja dann die einzigen, die da kommen. So. Was denn jetzt dort passiert? Warum machst du das denn? Meinst du, das bringt viel? Ist leicht. Das ist ja dann innen in der Mace eh egal. Und, naja gut. Ich würde vielleicht sogar hier noch was wegreißen, damit wir hier einen Turm in die Mitte reinsetzen können. So, ja. Und da einen Raketenwerfer drauf, der das ganze Ding beschießt, ja. Wieso stehen hier eigentlich welche? Kann man die sich nicht sparen? Die, die zwei? Äh, nein. Warum? Ich glaub nicht. Weil die da klauen. Mach die mal weg. Siehst du in einer roten Linie drin? Ja, aber guck doch mal. Hier ist nix, keine Wand dazwischen. Du kannst doch hier reinlaufen. Ja, aber die laufen noch nicht. Das heißt, die laufen, ja. Siehst du, Melli? Na gut. So, dann würde ich jetzt wohl hier noch irgendwas hinbauen oder so. Macht mal. Was ist das? Bauen. Drohnen? Ja, zum Beispiel. Oder Elektro-Tower. Drohnen sind ja immer gut. Und Elektro-Tower. Also von daher. Baut. Baut meine... kleinen... Sklaven. ...Helferlein. Na ja, Sklaven wollte ich jetzt nicht unbedingt sagen. Aber hier ist so ausdrückt von mir aus. Baut meine kleinen Sklaven. Baut. Baut. Baut Diamaten. Hier, Loops. Los geht's. MAU! 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 Steht die Katze draußen vor der Tür. Lass sie rein? Ne! Dann geht's wieder um und geht draußen. Ja, genau. Die hat sich so einen Schaden gerade, ey. MAU! 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 Und du auch nicht, du verfickter Scheißkrieger, der mich immer anspringt. Immer wollen die Krieger irgendwas von mir. Das ist so nervig. Achtung, Rhino charged vielleicht? Ja. Ja, aber das war hart. Ich glaube, das könnte echt noch gefährlich werden hier. Ja, ich glaube, das geht schon, ja. Na gut, wenn du das sagst. Ich hoff's. Drüben müssen wir jetzt ein bisschen Maze bauen. Ja, das ist es halt, ne? Genau das ist das, was ich meinte. Dass wir jetzt bei zwei Seiten eine Maze bauen müssen, die laufen nicht hier durch. Wir haben doch eh schon letztes Mal so viele Türme gehabt, dass du die oben hingesetzt hast, obwohl wir die da nicht gebraucht haben. Spätestens in zwei Runden haben wir genügend von den Tauern, bis der Weg länger ist. Äh. Ja, darum geht's ja nicht. Sondern, dass wir halt an zwei Stellen Türme bauen müssen. Weißt du? Ja, das lässt sich aber nicht vermeiden, wenn du die da rechts zumachen willst. Ich würde sagen, wenn wir die unten durchlassen, also unten die Maze bauen würden, ließe sich's vermeiden. Aber okay, von mir aus bauen wir hier ne Maze noch hinten. Und da läuft der unten direkt durch. Was denn mit... ach, der Fette dann kommt. Da läuft er dann geradeaus durch. Ohne... ...Turm. Ja, ja, der Fette, der läuft dann schnell durch. Ja, das ist dann so. Was sag ich dann? Entweder mal ändern das jede Runde irgendwie, oder... Naja, aber jede Runde will ich ja auch nicht einfach ändern, also... Na, du hast keine Basis. So viel Aufwand. Was kommt denn? Nur die Kleinen? Nur ne Gatling? Oder nur ne Kanone? Oder was wollen wir hinsetzen? Weil's ne Gatling reicht, voll aufgewertet für die ganz Kleinen da. Locker. Die können doch nix. Nix mit denen da von alleine schon. Ich würd die nicht dorthin gesetzt, sondern da die Ecke, aber okay. Ah, mir egal. Ja, die Kleinen, die explodieren von alleine, das stimmt schon. So. So. Reicht. Ich bin bereit. Jederzeit. Beförderung. Beförderung? Was? Nö. Beförderung? Beförderung? Be-förderung. Wen beförderst du denn wohin? Oh Gott. wir haben dort 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 Nein! Die Gatling kriegt die Schwarzschule nicht kaputt. Ach du ranzt es nicht, geht weg kümmert ihr euch drum ich mach die kleinen Fießer hier Äh You are right over there Aua Scheiße. Oh, ich slor. Ich bin hier wieder dran. Oh oh. Quatsch. Ja gut, jetzt ist das, was ich meinte. Das ist halt nicht lang genug dann da, ne? Wenn wir an zwei Stellen Türme setzen müssen und... Naja. Wieso rennt er jetzt zurück? Weil man die tanken kann. Weil jetzt müssen wir da drüben nämlich auch fette Türme hinsetzen, weil da nämlich jetzt die Spucker kommen. Und wenn die jetzt schon hier durchgerannt sind? Die Spucker schaffe ich aber alleine. Hä? Die Spucker gehen aber eigentlich. Ja gut, dann mach du die Spucker. Ich weiß es nicht. Du kannst da auch jetzt unten rumleiten. Plus dann, jetzt kommt der fette von unten, der läuft direkt durch. Ja, nur wenn der fette von unten kommt, muss man halt... Ja, dann kommt da jetzt gerade einer wieder von den Wächtern zumindest. Wenn der jetzt unten lang direkt da auf das Ding läuft, dann ist direkt wieder Ende. Naja, egal, probieren wir's mal so, wird schon gehen. Hat halt alles vor und nach, egal wie du das machst. Hm, stimmt schon. Toll, hier fehlen noch 10 zum Aufrüsten. Wo? Hier bei den Drohnen. Rechts. Hä? Hä? Ah, nee. Achso. Jetzt. Hab schon. Alles klar. Äh, okay. Da fehlen auch noch 10 zum Aufrüsten. Na gut. Und du hast noch zwei Mace-Dinger, ne? Ja, ich brauch gerade. Bam. So, bereit. Dennis macht die Spucker da oben. Und wir machen hier die Schwämme. Okay. Die sollten rein theoretisch schnell kaputt gehen, denke ich mal. Ja, das liegt echt am Schaden. Wachsen sie schon, oder was? Ja. Kommt der andere schon? Weiß nicht. Der ist doch vielleicht rot. Aber der andere kommt. Oh. Jetzt kommen erstmal Läufer. Ja, und der Dicke, oder nicht? Nö, der ist langsamer. Braucht ne Weile. Der ist aber schon auf dem Weg. Und hier so ein Schwamm. Ah, warum lade ich den? Ah, was ist denn jetzt los? Oh, scheiße. Pass auf. Nicht, stimmt. Quatsch. Die Spucker sind erledigt, oder was? Ja. Na gut. Das ist doch irgendwie jetzt am Anfang schon stressiger als vorhin. Ja, vielleicht wird es ja noch einiger flüssiger. Die Strecke ist ja wesentlich kürzer. Weiß nicht. Kannst du ja nicht ändern, wenn du dir nicht rechts lang laufen lassen willst. Ich meine, ist ja auch blöd, wenn die da runter schießen. Ja, das ist echt doof gemacht, eigentlich. So. Was sitzt du hier noch? So, mehr kann ich jetzt hier nicht mehr bauen. Boah, jetzt wäre ich fast wieder runtergerannt hier. Ja, einiges. Hm? Ja, kommt da jetzt auch wieder einiges, wie gesagt. Und von oben kommen auch wieder Spuckfläche. Achtstück, was finde ich das so. So, mehr habe ich nicht. Ach du Scheiße, es geht schon weiter. Was? Ja. Oh, ich werde noch irgendwas aufwerten. Oh, hier, schnell den Turm dort noch. Der nehmt ja, also nehmt. Ich mache gerade irgendwas. Ja, ich mache irgendwas. Geht rüber, zu eurer Seite. Ja, schon dabei. Ich habe dir halt noch einen Turm entstellen wollen. Der läuft ist down. Aber den macht schnell kaputt. Batsch! Oh, kaputt. Ich bin rot. Hä? Oh, noch mehr, also. Ich bin gestorben. Wackelkopf. Ich bin gestorben. Ich bin hier unten. Und hier in Turm, ey. Ja, stimmt. Ich bin auch tot. Ja, passt schon. Ja, geil. Was denn? Scheiß Ribstos, Mann. Ist es wieder runtergefallen? Ja, ich bin jetzt wieder etwas, Spucker. Alter, da kommt noch mehr zu euch, Sätze. Warum laufen die durch die Luft? Holy... Shit hier. Fuck. Shit hier. Shit hier. Fuck und so. Oh Mann, die scheiß Spucker. Ja, nice. An was bin ich denn jetzt? Wie ist das so ein Spucker, ey? Crap, ey. Also es ist echt anstrengender so, jetzt gerade hier. Ja, nur da bin ich wirklich schaden und kommen bisher. Ist doch okay. Ja, die Spucker haben halt vorhin direkt draufgesprungen. Ist halt doof, aber... Oh, fuck! Oh, Gott sei Dank. Ich bin fast wieder gestorben, ja. Wolltest du jetzt mal Geld hergeben? Nö. Äh, Melly? Was? Du kannst doch Thronentower bauen, oder? Ja. Kannst du den da mal abbauen und den hier so in die Mitte setzen eher? Den rechts? Ja, den da, ja. Weil der auch wisst die nicht, wenn die frisch rauskommen dort. Das bringt dann nichts. Das ist besser, wenn er dann in der Mitte ist. Hier, wo du draufstehst? Nein, da, wo ich zeige. Da. Nee, welchen hast du jetzt weg? Nein, nicht. Och, Mann. Ich hab da draufgezeigt. Peter, du siehst doch leuchten. Ich hab da draufgezeigt. Ähm, ja toll. Den da weg und hier hinwürfe ich drauf hin. Ja, warte, dann baue ich den jetzt wieder hier hin, oder? Ja, den wieder da hinbauen, ja. Ah. Äh. Ach, Gott. 500. Zack, okay, und den da drüben weg. Und hier in die Mitte rein. Den da. Ja. Genau. Hier hin. Dort. Oder da hin. Dort hin und durch. Hier. Ja. Äh. Da hinten beim Dennis da drüben, der eine Raketenturm, der braucht noch 70 zum aufwerten. Ja. Jetzt will ich mal noch fix die Mace hier weiterbauen. Jo. Ähm, shit. Was? Ja, scheinbar hat das irgendjemanden drauf und beim Auffrissen. Hm? Keine Ahnung. Wer verkauft denn hier meine Tower? Ich will, dass die nochmal davor rennen. Oder willst du das? Also, wie du es gebaut hattest, konnten wir die nochmal davor rennen. So. Hm. So. Oh. 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 So. So.